Hallihallo Hallüle Herzlich Willkommen zurück zu Minekraft. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg um ein bisschen Weizen zu besorgen denn 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 ich möchte Toastbrot machen nachdem ich erst mal gucken musste wie das funktioniert weil ich das nicht wusste weiß ich das jetzt man sollte nicht für möglich halten und kann es jetzt machen ich brauch dieses Ding jetzt machen wir ja aber erst mal neue Weizen denn wir haben ja diverse Mods installiert und ich habe da jetzt einen mir rausgepickt mit denen werde ich mich mal in nächster zeit ein bisschen beschäftigen und zwar ist das PAMS Harvest Craft und da kann man ja diverse Rezepte und so gedöns machen und ja das ist halt das womit ich mich in nächster zeit mal so ein bisschen beschäftige so Jens hat hier den Mod da mal rein geführt und das heißt man kann die Kisten mal ein bisschen aufrollen Entschuldigung immer muss ich Niesen beim Aufnehmen ich glaube ich habe eine Allergie gegen das Aufnehmen gegen Allergie ja eine Aufnehmen Allergie habe ich so und zwar habe ich vor jetzt mal Toastbrot zu machen und zwar Sandwiches Landwichtes dafür brauche ich das ich habe echt ewig überlegt wie kann kann man das so machen Toastbrot und okay wieso geht das nicht das war doch im Ofen bin ich jetzt bin ich jetzt blöd braucht man da vielleicht ein Toastofen ja das ist doch aber 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 vielleicht brauche ich einen Toaster ja wenn ich Toast eingebe dann zeigt er auf der Seite bei dem Zeug okay ich muss da mal machen Toast ne der zeigt da auch nur Gelee Toast und vielleicht Ofen Ähm Ofen Da gibt's Ofen Räucherofen Schmelzofen Ofenlore Hochofenwärmer Ofenkartoffel Ingenieurofen Ähm Harvest Ah nein Dicke Brumme Okay Also wenn ich jetzt Harvest eingebe dann findet er das auch nicht Ich wollte Toastbrot machen More More Delight More Delete Steinmesser Der hatte auch ein spezielles Schneidebrett So was haben wir denn da Den Räucherofen muss ich bauen Den Räucherofen Aus K Den weiß ich jetzt Da muss ich gucken Was brauche ich für den Räucherofen Den braucht gar nichts Weil den findet er nicht mal Offen Geben wir doch mal Aufen Räucherofen Räucherofen Und den Ofen Ich glaube draußen Der Spuh ist noch einer Räucherofen Den Ofen Ja Du weißt du ne So haben wir hier einen Ofen Echte Maustaste Räucherofen Räucherofen Da haben wir schon mal einen Ofen Dann brauchen wir Holz Achte mal unten auf die Anzeige Räucherofen Ähm Räucherofen Jemand erzielt Okay Das ist schön So Räucherofen Also brauche ich Baumstämme Hab ich Baumstämme Einen habe ich, ne? Da muss ich mal eben schnell ein Bäumchen fällen. Ein Bäumchen, ein Bäumchen. Ja, du musst jetzt leiden. So. Ach. Ach, es ist doch immer dasselbe. Ich traf ja auch mit Steak in der Gegend rum. Hast du schon wieder ein Schwein getötet? Ja. Jawohl. Ja, das wird ja nicht von alleine reingekommen sein. Ich traf ein Schwein. So. Fete irgendwie. Ja, weil dann kann man... Ach, was mache ich denn? Ach, so ist das, wenn man pennt. Nee, da kannst du nämlich auch Tofu machen, wenn du nicht Schweine töten möchtest unbedingt. So gut. Und Filet und so'n Gedöns. So gut. Und... Ähm... Ein schöner Schinken. Ein guter... Ein guter... Ein guter Schinken. Weißt du? So, theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Da haben wir den Räucherofen. Räucherofen. Bäh! Kann man auch machen. Das ist ein Erdofen. Ja, das ist ein Erdofen. Kennst du nicht den Erdofen? Nein, ich kenne den Erdofen nicht. Was kennst du überhaupt nicht? Ja, das war mir klar. So, dann machen wir den da mal weg. So. Und ähm... Machen den da hin. Der sieht aber doof aus. So, dann müssten wir Kohle... Haben wir ja noch. Kohle, Kohle. So. Und jetzt müssten wir unser Brot da rein machen können. Und es geht immer noch nicht. Warum nicht? Ja. Weil da noch eine Zutat bei war, glaube ich, ne? Hm. Ist es denn? So. Ähm... Das war... Irgendwas mit Delight. Da gibt's Bücher da oben. Ah, Toast, 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 Toast. Toast, Toast, Toast. Toast! Oh, da kannst du so viel machen. Na ja, dann hast du hier diese Obstkisten. Ach ne, warte mal. Hier unten. Oder? Ne. Ach, More Delight war das. Mure. Da haben wir Toast. Okay, da kommt gar nichts rein. Ja, aber irgendwie... Ja, aber irgendwie... Ach. Da brauche ich... Na, das Küchenmesser. Das Messer. Das Steinmesser machen wir mal. So, dann brauche ich... Dann brauche ich auch das Schneidebrett. So. So. So! Okay, wo kann ich mir das jetzt drauflegen? Das muss bestimmt ein ganzer Würfel sein. Ja. Ähm. Guck mal. Oh, die Kanten. Ja, schön. Ich hab wieder... Ja, mach doch einfach so. So. Holy moly. Ich wollte ja ein Brett daneben packen. Ich glaube, wir müssen die Küche dann mal umgestalten. So. Ich dachte, du packst hier mit drauf. Oder geht das nicht? Nein. Ach ja. Habe ich doch probiert. Das ist doch. Ja. So. Jetzt nehmen wir das Brot. Dann brauchen wir ganz viel Eisen für die. Okay. So. Brot. Scheint nicht zerschneidbar zu sein. Willst du mich verarschen? Ja. Ich raste gleich aus. Aus raste ich gleich aus. Na, ich hab doch Brotchen backen hier. Ja. Hast die Leid. Diamant-Messer. Feuerstein-Messer. Holz-Messer. Stein-Messer. Von Morten. Ja, ich sag... Da gibt es aber noch Messer von Farmers-Delight. Ohne Schaden. Aus Feuerstein. Von Farmers-Delight. Ja. Gibt es auch noch. Ähm. Aus Feuerstein machen. Diamant oder Eisen? Das ist Farmers-Delight. Ein Feuerstein. Ich könnte ein Eisen-Küchen-Messer hier. Und ein Mort herstellen. Dann mach das. Bitte. Hab ich. Schau neue Rezepte. So. Jetzt gehen wir mal. Für die Schmieden. Und weglaufen. Aber was machst du denn hier? Die Schmiede. Die Schmiede. Die Schmiede. Die Schmiede. Das ist nicht schneidbar. Das ist nicht schneidbar. Wieso nicht? Oder muss das vielleicht auf dem Crafting-Table? Bildung? So. Also. Hier steht. Seh ich das něk? Vielleicht muss ich das Messer in die Hand nehmen und nicht das Brot. Und nicht das Brot. ach ja meine damen und herren so ist es ne ich wünsche ich würde nicht immer die ach guck jetzt kannst du nämlich das brot das muss oben auch gesagt werden ja wenn du ist was ich doof finde du musst immer das komplette brett wieder abbauen wegen dem messer ist irgendwie ein bisschen doof finde ich jetzt so so dann legst du das brot drauf und nimmst das messer mit rechter maustaste muss man das machen und dann wenn du es nicht mehr brauchst dann legst du das messer dahin ja da gibt es ja egal ach so mit rechter maustaste kann man es dann noch easy peasy aufnehmen ok krieg mal das toast so und jetzt kann ich das toast hier tosten und dann haben wir tost brot ich glaube ich bin in nächster zeit sehr beschäftigt so schlafen aber ich denke mal das haus ist immer noch zu klein ja ich habe mir überlegt wir machen hier zwei kisten hier ja ja bei den einen packen ja ok damit riecht da unten geht das dann unten in den kerner abrufen ok ja 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 ok ja das machen wir willst du mich fragen ja 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 das will ich ach schon wieder um und ein gericht ja hast du erst mal einen, na ein tomaten toast Toast. Aber mein Gesicht damit. Haut rein. Zecker. Zecker. So, warte mal. Wie sehen wir diese Türen aus? Ich hab jetzt mal die Steiltüren weggenommen. Ja, warte. Ich muss jetzt erstmal das und dann einmal das und dann das und dann und dann und dann wo ist er hin? Der Mann? Ich bin außerhalb der Tür. Okay, ja. Das sieht auf alle Fälle besser aus. Und da hast du einen Eiertoast. Ich hab aber jetzt drei Minuten. So. Dann. Das sieht aus, noch mal umspruch von mir. Das sieht nicht gut aus mit dem Tate hier. So. Und dann nochmal so. Dann haben wir mal ganz viel Toast. Toastbrot. Haben wir da jetzt mal unten drin. Aha. Ich dachte, das Haus wäre sicher. Denkst du jetzt Spidey haben. Kannst auch ähm Fishtoast und sowas bestimmt machen. Denk ich mir. So. Laut der Liste eine Menge machen. Was? Was kann ich mit Orange machen? Orange. 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 Orasche Kiste und ein Juice kann ich so machen. Aber um Juice zu machen, brauche ich Flaschen und Kistgerät. Ja, Flaschen sind ganz einfach. Dann nimmst du ein Glas-Dings und machst die da in der Top-Punktele. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, äh, ich würde sagen, das war es auch schon wieder für heute. Wir haben gelernt, wie wir Toastbrot machen. So lernt man halt nicht aus. Jeden Tag mal etwas Neues. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war interessant. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.